Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Wissen. Heute geht es um einen Vorfall und zwar, ich glaube, ihr habt es wahrscheinlich schon irgendwie durch die Medien mitbekommen, und zwar Angela Merkel hat heute den ukrainischen Präsidenten empfangen und dabei ist es zu einem kurzen Zwischenfall gekommen. Und zwar, Angela Merkel fing erheblich an zu zittern und das Ganze konnte man recht deutlich sehen. Ich blende es jetzt mal ganz kurz hier in dem Video ein und es sieht einfach super krass aus. Und ja, viele Leute fragen sich, was ist los mit der Bundeskanzlerin? Mir ging auch sehr viel durch den Kopf, als ich das gesehen habe. Und sie hat sich aber inzwischen dazu geäußert, deswegen werde ich den O-Ton jetzt auch mal ganz kurz einspielen. Ich habe inzwischen mindestens drei Gläser Wasser getrunken, das hat offensichtlich gefehlt und insofern geht es mir sehr gut. Genau, und zwar sagt sie, dass es sich dabei um einen Wassermangel gehandelt haben sollte. Das heißt, hier fehlt es wohl etwas an Wasser. Die Recherche hat sogar ergeben, dass es schon mal einen ähnlichen Vorfall gab, wo Merkel auch ähnlich stark gezittert hatte und man danach in einer Presseerklärung auch gesagt hat, dass es am Wasser lag. Ja, dann schreibt es einfach mal in die Kommentare, was ihr dazu meint. Glaubt ihr wirklich, dass das Ganze an einem Wassermangel lag oder glaubt ihr, da steckt eine etwas größere Krankheit dahinter? Es würde mich mal interessieren, was ihr davon haltet. Ansonsten zweite wichtige Frage und spannende Frage. Ich werde hier oben mal so ein Abstimmfeld machen. Wie zufrieden seid ihr mit der Bundeskanzlerin? Stimmt einfach mal ab. Mich würde mal interessieren, in welche Richtung das geht. Jetzt ist die Frau Merkel ja schon einige Jahre im Amt und schreibt es auch in die Kommentare, was ihr an ihr gut oder vielleicht auch super schlecht findet und sagt natürlich, wie ihr das Video gefunden habt. Ansonsten sage ich bis zur nächsten Folge von Einfach Wissen und ciao! Bis zum nächsten Mal!